Ist es jetzt so, dass jede Messe relativ gleich ist oder merken Sie da Unterschiede von Jahrzehnten? Ich glaube, man kann es so ausdrücken, dass man die letzten drei Jahre immer mit leichten Steigerungen bewerten kann. Und für uns ist das wichtigste Feedback, dass der Aussteller, die ja hier wirtschaftliche Ziele verfolgen und die immer Jahr für Jahr toppen können. Wie es jetzt am Ende dieser Messe aussehen wird, wissen wir noch nicht, aber die Stimmung bisher ist ganz gut. Es gibt ein paar ganz überraschende Verkäufe und das heißt, die Leute wollen investieren.